Sailing Classics Nirgendwo lässt sich die Freiheit der Meere so erleben wie an Bord einer großen Segeljacht. Ein Lebensgefühl, das Sailing Classics für jedermann möglich macht. Der Gründer Andreas Steidle-Seiler hat zusammen mit seiner Frau Barbara und Toll & Cruise vor 14 Jahren dieses neue Segelkonzept begonnen. Mit der Kairos, Kronos und Rea umfasst die Sailing Classics Flotte heute drei Traumjachten, die an den schönsten Plätzen der Karibik und des Mittelmeers zu Hause sind. Unter weißen Segeln, ohne fest vorgeplantes Routing, aber doch mit viel Komfort und Service durch eine engagierte Crew. Urlaub wie auf ihrer eigenen Luxus-Privatjacht auf Zeit. Die klassischen Segeljachten vom Anfang des 20. Jahrhunderts sind wahre Kunstwerke von zeitloser Schönheit und Eleganz. Im Stil dieser legendären Jachten, aber mit den heutigen Sicherheitsstandards und Möglichkeiten, will Sailing Classics sein Angebot erweitern und den Dreimast-Schoner Aeolus bauen. Aber wer auf den Meeren unterwegs ist, kann die Augen vor den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung nicht verschließen. Und auch wenn die Sailing Classics-Jachten bisher schon bis zu 70% ihrer Strecken unter Segeln zurücklegen, so will das Team mit dem neuen Projekt noch viel weiter gehen. Mit der Aeolus entsteht die erste kommerzielle Zero-Emission-Segeljacht der Welt. Mit Verbrauchsoptimierung, intelligentem Energiemanagement und einem Hybridantrieb mittels Diesel- oder Elektromotor. Sehr große, für ein ganzes Jahr ausreichende Tanks ermöglichen die Verwendung von synthetischem Diesel, einem E-Fuel, das aus überschüssigem und regenerativ erzeugtem Strom hergestellt wird. Aber auch während des Segelns kann Energie aus der verstellbaren Schraube und den Solarzellen auf den Decksaufbauten gewonnen und in großen Batterien gespeichert werden. Sailing Classics wird den Traum von CO2-neutralen Seereisen in die Tat umsetzen. Aber mehr noch. Hinter der Aeolus steckt ein ganzheitliches Konzept, das von der Abwasserbehandlung in einer Kleinkläranlage, über die Müll- und Plastikvermeidung bis hin zur Verwendung biologisch abbaubarer Waschmittel und Produkte reicht. Viele kleine Schritte, um unseren Fußabdruck auf dieser Erde zu minimieren. Denn Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zu einer Zukunft, in der wir immer noch genießen können, was wir am meisten lieben. Das Freiheitsgefühl auf den Ozeanen, die Meeresbrise in den Haaren, das Erlebnis einer einzigartigen Reise auf diesem wunderschönen Planeten, die wir nie vergessen werden. Kommen Sie mit an Bord. Erwecken Sie die Aeolus zum Leben. Investieren Sie in die größte kommerzielle Zero-Emission-Segeljagd der Welt und werden Sie Teil der Sailing Classics-Familie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017